Die Gewinner und die Scorer fliegen ab jetzt unter dem Radar. Let's go! Ich bin Kessem, euer Liga-Inzider. Was ein geiler Spieltag. Wir hatten Nuri's Heimacht, wir hatten die Frankfurter Skyline aus dem siebten Stock und ich habe den Guido schreien gehört im Borussia-Park. Auch das war richtig nice. Lasst hier gerne ein bisschen Liebe da für unter dem Radar und damit gehen wir rein in die Pyramide. Für alle die, die neu sind hier auf dem Kanal, ich sage euch kurz die Pyramidenstufen. Wir haben einen Scouting-Bericht. Die Spieler soll die auf dem Zettel haben. Dann haben wir Ersatz-In wie Check-In. Die Spieler rutschen jetzt rein. Programmspieler. Wir haben die Spieler mit dem besten Programm und wir haben den Star der Woche. Und damit gehen wir mal rein und starten mit dem Scouting-Bericht. Erster Spieler. Und wir starten mit Lukas Ulrich. Ja, alle DFB-Pokal-Liebhaber durften den schon bewundern. Da war der schon richtig gut. Hat von den Kollegen vom Kicker. Die bewerten ja den Pokal. Das machen wir ja nicht. Da hat er die 3,5-Note abgesahnt. Das war schon ganz gut. Und das hat Seohane so gut gefallen, dass er gedacht hat, komm, dann gebe ich ihm auch mal diese Saison den ersten Bundesliga-Start. Rohpunkte. Da war er noch nicht so der Mann für. Aber man muss sagen, wir gucken mal hier direkt mal mit dem Auge aufs Spiel. Und er hat Mitchell Weiser gemutet. Das war letzte Woche ja noch unser Star der Woche. Und den hat er mal komplett hier aus dem Spiel genommen. Da haben wir auch einen schicken Artikel heute zugebracht. Und ich zitiere mal, gegen einen sehr guten Gegenspieler wie Mitchell Weiser sehr gut gemacht. Das quittieren wir hier mal. Seohane also happy mit der Ulrich-Performance. Ob der jetzt wirklich startet für Liner, das müssen wir erst mal abwarten. Aber er ist auf jeden Fall schon mal auf unserem Scouting-Bericht. Unser Radar hat ihn definitiv schon eingefangen. So, der nächste hier, das ist Roh. Rotierte gegen Kiel. Raus. Rotierte. Den führt man langsam nach seiner längeren Verletzungspause jetzt nach und nach ran. Da hat Hoeneß auch ein gutes Auge für. Pokal. Da durfte er schon von Beginn ran. Und jetzt auch in Leverkusen. Und hat das wieder richtig gut gemacht. Das Ding ist, Chase, mit dem er da gestartet ist, der hat das auch richtig gut gemacht. Von daher wäre das hier noch ein heißer Zweikampf. Ich nenne euch mal hier die Luftduelle. Er hat nämlich Chase 3 von 3 und er war sonst auch ein absolutes Zweikampfmonster. Aber ich will hier auf Roh. Denn so vom Standing her ist er für mich der mehr etablierte Spieler als zum Beispiel ein Chase. Und der hat auch, der war sehr, sehr gut. Gerade auch im Passspiel. Da ist er nochmal eine Finte besser als der Kollege Chase. 2,5 hier Ligaanzahl der Note. Und jetzt ein Knacko-Match-Up gegen die Frankfurter Freakshow. Ich bleibe hier mal beim selben Match-Up. Und ich will hier, also Leverkusen-Stuttgart, ich will hier den nochmal hervorrufen. Den müsstet ihr alle eigentlich auch schon auf dem Zettel haben. Das ist El Bilal Touré. Auch wenn er jetzt etwas unterging gegen den Meister, gegen Tar und Co. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Der ist da jetzt der Mann mit Dennis. Der ist gesetzt. Und nach der Länderspielpause gibt es Bochum, Bremen, Berlin. Also hier fett notieren den Mann. So, dann geht es weiter mit Karol Metz. Pauli mal schön hier die Punkte gestealt aus Hoffenheim. Hat mir sehr gut gefallen das Spiel. Und eiskalt zugeschlagen. Hat auch eher Metz nämlich in den Punkten. Und ich nenne euch da mal nur die neun geklärten Bälle. Die waren natürlich super gut. Und damit manövriert er sich aktuell overall da auf die fünf. Also ein absoluter Klärungsspieler hier. Und der wird auch viel zu tun bekommen gegen die Bayern. Deswegen Defensivstats hat er schon mal drin im Spiel. So, Dominic Coeur, der Namensvetter von XT12. Grifo hat er sich gedacht. No problem. Sogar ohne eine gelbe Karte ausgekommen. Also das ist ja für Coeur hier schon. Das ist schon ein kleiner Award hier, den er sich hier leistet. Absludes Top-Spiel gemacht da. Zweikämpfe sehr griffig. Tacklings, Blocks hat er drin gehabt. Und da wird sich jetzt Beino Gittens richtig anstrengen müssen am Wochenende. So, wir greifen mal ein Regal höher. Und schließen hier mal den Scouting-Bericht ab. Und sind jetzt bei Ersatz in. Und da habe ich direkt mal notiert. Castello fällt aus. Rose rechnet mit. Lukeba-Ausfall gegen Celtic und Gladbach. So unser Artikel. Lukas Klostermann, der war gegen den BVB schon der Direktersatz. Also beim 2-1 gegen Gerasi. Sorry, lieber Lukas. Aber was machst du bitte da? Da muss man ihm in Richtung Timing auf jeden Fall schon mal eine 6- geben. Insgesamt kommt er dann hier noch auf eine 4,5-Liga-Insider-Note. Der sollte gegen Gladbach aber seine Sache besser machen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus hier. So, Weiser Gelb-Rot öffnet die Tür für Derek Köhn. Den habe ich mir direkt mal hier von unserem Bremen-Insider des Vertrauens absegnen lassen. Ja, ja. Der kam nämlich für Agu schon zur Pause. Köhn mit Impact nach Einwechslung. Hier Zitat unserer Brian-Legende. Skelly, wie angepriesen, direkt zweimal stehen lassen. Und auch am Wochenende gegen Kiel. Da sollte er starten. Gab trotzdem die kalte Dusche gegen Gladbach. Aber gegen Kiel. Nordderby und Monster-Sahne-Match absehe ich da für Köhn. Und deswegen ist der hier auf jeden Fall zu nennen im Ersatz in. So, Stefan Bell, der kam rein für Moritz Jens. Ja, der laboriert an muskulären Problemen. Und Henriksen gab am The Zone-Mikrofon einfach mal zwei Wochen aus als Ausfallzeit. Stefan Bell mit dem absoluten Old Man's Game. Der ist ja auch schon 33. Da war fehlerlos. Ich habe mir direkt mal die Luftduelle hier gegriffen. Und 11 von 13. Also absoluter Highflyer hier im Slam-Dunk-Modus. Und 10 geklärte Bälle. Abgefangen auch noch 5 und 3 Blocks. Also da war überall darüber hinaus noch eine coole Passschärfe, habe ich mir angeguckt. Mit 83 Prozent. Also gib Stefan Bell mal hier die Ersatz in Glocke. So, Kommissar Rex Bitschei mit der fünften gelben. Hier haben wir unser gelbe Karten-Alert. Und 1 zu 1 Ersatz. Den habe ich für euch notiert. Das ist Arne Meier. Der kam hier zur 77. Und weshalb er auch keine Liga-Anzeiter-Note mehr abgegriffen hat. Aber der sollte hier fest bei Toro eingeplant sein. Nämlich fürs nächste Match-Up. Gegen Hoffenheim geht es da am Wochenende. Deswegen ein guter Mann da auch am Wochenende. Ich bringe euch nochmal hier zwei Add-Ons rein. Auf die Totspur. Und zwar Sabitzer ist angeschlagen rausgegangen. Es gab das Debüt für den jungen Marokkaner. Das ist ein Mann Asil. Der ist 23 Jahre. Der hatte nicht viele Ballaktionen. Aber ich finde es einfach so cool, dass der dann einfach reinkam und eine schöne halbe Stunde da gespielt hat. Und auch dann, ja, im Endeffekt hat er auch dazu beigetragen, dass BVB da als Sieger am Wochenende aus der Krise ging. Und das ist ganz wichtig. Er hatte da auf jeden Fall seinen Anteil. Deswegen ist Asil hier einfach mal auf jeden Fall auf der Tonspur. So, und Leveling fällt ebenfalls aus. Muskelverletzung. Ali, unser Redakteur, hat mir hier direkt geschrieben. Der könnte noch in der Hinrunde wiederkommen. Aber das sei erstmal dahingestellt. Der Direktersatz war Rieder. Der ging dann aber auch nach einer guten Stunde. Auch da ohne Impact. Und dann kam Führig. Auch der, eher blass. Hat aber noch, das muss man ihm zugute halten, das Siegtor geschossen gegen Kaiserslautern im Pokal. Von daher könnte er auch eine heiße Aktie werden. Jetzt geht es erstmal gegen Frankfurt. Und ich habe hier mal Führig auf dem Zettel. Warum nicht? Ja, der, wie gesagt, hat sich da seinen Buß geholt im Pokal. Und könnte auch gegen Frankfurt eine entscheidende Aktie werden. So, Programmspieler. Wem geben wir hier mal die Fernbedienung? Das ist Baumgartner. Der hat gegen Gladbach, Hoffenheim und die Wölfe, hat er ein sexy Programm. Also den würde ich mal auf jeden Fall, da würde ich mal rein zappen. Und mal gucken, was da so geht. Dann haben wir ACM, Alexis Claude-Maurice. Der hat jetzt auch mal einen Breaver gehabt. Genauso wie Baumigy. Die waren beide nicht gut am Wochenende. Aber ich plane hier mit einem Bounce-Back-Game gegen die TSG. Danach die Bayern. Da zappen wir wieder kurz weg. Und dann auch wieder Bochum zu Hause. Also Claude-Maurice hier auch mit einem heißen Programm. Heiß auf jeden Fall jetzt gegen die Bayern. So, und dann unser Format gekonnt, unbenannt hier. Auf, unter dem Radar. Denn ich brauche hier auch einen Mann mit einem Scorer. Und das ist er. Das ist das absolute Monster-Game. Abgerissen. Frisch aus der Frankfurter Freakshow. Namdi Collins. Ja, den hatten wir schon gespottet. In der bockstarken Vorbereitung. Nämlich auch schon im Team-Check hatten wir ihn auch schon drin. Und jetzt bekam er mal seine Minuten. Im Pokal war der schon richtig gut nach Einwechslung. Da auch mit Kickernote 2. Und jetzt am Wochenende der Assist, wie er das da macht. Also einfach so eine Riesenschritte. Wie so ein Dino marschiert er da einfach an allen Bochumern vorbei. Und gibt den dann rein. Richtige, kommt ja aus der Young Gun-Klicke. Der Frankfurter ist auch erst 20. Ich habe mal hier ein paar Stats mitgebracht. 83% Pässe. Die Zweikämpfe 72%. Luftkämpfe 3 von 4. Und die Tacklings auch ganz sauber angebracht. Ist für mich so ein EGTK. So vom Swag her. Auf Rechtsverteidiger. Und macht mir hier richtig Laune. Ich habe auch richtig Bock auf den. Und der kommt Sonntag rein. Gegen einen neuen Mann da. Auf der linken Stuttgarter Seite. Von daher denke ich auch hier. Cooles Matchup für ihn. Und danach geht es gegen Bremen und gegen Hoffenheim. Nam die Collins. Den habe ich hier mal ganz heiß notiert. Das könnte richtiger Feuerspieler werden. So. Und dann der Star der Woche. Wer ist es? Er kommt heute Abend vielleicht schon in die Bremen-VA. Drehen wir den rein. Ich habe mich abgesichert in der VA-Gruppe. Letzte Infos geholt. Ole Werner probiert es neuerdings mit einem Deep-Lying-Playmaker. Ja, ja. So ein Mittelfeldspieler, der sich da auch mal nach hinten fallen lässt. Das so zieht ich hier das Leben des Brian. Und Leo ist ja nicht der Typ für. Und Senne Lienen auch mit einem Fehler vor Gegentor. Deswegen. Konfirmt mir hier der wichtigste VA-Gruppenmann aller Bremer. Jens Stay. Und das ist hier mein Star der Woche. Der hat ein DNP drin gehabt. Gegen die Gladbacher. Did not play. Bittencourt war aber nicht gut. Und Senne mit Fehler, wie gesagt. Von daher wird Zeit für den dänischen Stabilisator. Passt dann auch perfekt fürs Nord-Derby. So. Und dann noch mein Mann pro Reihe. Das kennt ihr auch. Da würde ich mal auf dem Scouting-Bericht. Da sehe ich hier Touré. Ist für mich der heißeste Scouting-Mann. Dann haben wir den Ersatz-In mit Derek Cohen. Auch gerade das Match-Up. Ganz geil gegen Kiel. Und mein Programmspieler ist der Swaking Namdi Collins. Ein paar heiße Spieler hier zum Wochenauftakt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr so auf dem Zettel habt. Wer ist bei euch auf einem fetten Scouting-Bericht drauf. Und damit gehen wir rein in die Woche. Und ich wünsche euch einen Sicko-Mode-Start. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.